Stell dir mal vor, du bist ein neuer begeisterter Magic-Spieler oder seit langem mal wieder dabei. Und ein Bekannter bekommt mit, dass du mit den Karten spielst und sagt, er hat noch ein paar alte Karten in einer Kiste auf dem Dachboden. Du kannst gucken, ob du etwas davon gebrauchen kannst, dann würde er sie dir schenken. Nun, wer kein neuer Spieler ist, weiß, das kann ein Traum-Szenario werden. Weil eben erst die Zeit zeigt, welche Karten wirklich gut sind, egal ob Common oder Rare. In diesem Video soll es also darum gehen, die Karten auf dem Dachboden deines Bekannten beim Durchsichten richtig zu bewerten. Dafür gucken wir auf drei Kriterien. Erstens Zustand der Karten, zweitens Alter und Sprache der Karten und drittens individuelle Spielstärke und individuelle Seltenheit. Und zum Schluss schauen wir uns noch an, wo man am besten den Wert einzelner Karten nachgucken kann und wie man sie dann verkauft oder vertauscht. Wenn man sie nicht behalten will. Zuerst einmal der Zustand der Karten, der viel an seinem endgültigen Wert ändern kann. Sind die Karten auf dem Dachboden nass geworden und verkleben oder schimmeln sogar, kannst du sie eigentlich gleich in den Müll werfen. Das ist aber nur der schlechteste Fall, wir hoffen natürlich, dass es verschiedene Stufen besser ist. Wir fangen mit der schlechtesten an und gehen dann zur Besten. Pur oder schlecht. Egal ob die Karten Löcher haben, Teile davon fehlen, zerrissen und wieder zusammengeklebt wurden oder einfach nur abgeschabte Farbe haben, geknickt oder angerissen sind. All das wird bereits als schlechter Zustand der Karte bezeichnet und lässt sich so gut wie nicht mehr verkaufen. Solange man aber noch allen Text der Karte richtig lesen kann und du sie in blickdüchten Hüllen hast, kannst du sie immer noch für dich privat spielen, wenn es für dich in Ordnung ist. Auf Turnieren sind solche Karten nicht zu empfehlen. Played oder bespielt. Die Karten haben Kratzer, angeditschte Ecken oder sind etwas dreckig, woran man sieht, dass sie schon einige Spiele benutzt wurden. Dies reduziert den Wert gegenüber dem besten Zustand meistens um etwa die Hälfte, wird aber immer noch gern gekauft oder getauscht, gerade weil man bei diesen sich nicht darum sorgen muss, wenn man sie in ein Deck tun will und dass sich ihr Status dadurch weiter verschlechtert. Gut oder gut. Alle Karten, wo man nicht gleich auf einen Blick einen Makel feststellt, haben einen guten Zustand und erzielen einen guten Wert, aber wahrscheinlich nicht den Höchstpreis. Alle Karten, die du nicht in Ordnern oder in Hüllen findest und die gut aussehen, haben zumindest diesen Zustand. Meint oder perfekt wie Booster frisch. Das ist der beste Zustand einer Karte und sehr unwahrscheinlich zu erreichen, wenn du die Karten wirklich auf den Dachboden oder dergleichen findest. Sollten sie aber in guten Ordnern, Hüllen oder sogar Toploadern oder Plastik Cases mit Grading sein, kann das immer noch passieren. Lass die Karten aber lieber noch einmal von einem Experten wie einem Händler kontrollieren, bevor du sie als Mind-Zustand angibst. Es gibt bei manchen Händlern noch ein paar Zwischenschritte in diesem System und oft scheiden sich die Geister um den Zustand einer Karte, besonders wenn es in den Gurt- bis Mind-Bereich geht. Für dich noch gut zu wissen ist, dass die besten Zustände vor allem Sammler und nicht unbedingt Spieler interessieren und bei wertvolleren Karten viele sogar zum Spielen mittelmäßigere Zustände bevorzugen. Geh bei deinem Dachbodenfund erst einmal vom Zustand pur bis gut aus, je nachdem wie viele Makel du tatsächlich auf den Karten siehst. Nun schauen wir uns das Alter der Karten an. Hier an diesen Beispielen siehst du, wie sich der Rahmen und das Design der normalen Karten über die Jahre verändert hat. Von jetzt 2020, wo dieses Video erschienen ist, bis 1993, als die ersten Karten in den USA mit der Alpha-Edition erschienen sind. Da Karten zwar ab und zu nochmal in neun Sets gedruckt werden, aber eine bestimmte Edition von Anno dazumal nicht wieder in den Druck geht, nachdem seine Produktion abgeschlossen ist, werden ältere Karten mit der Zeit immer wertvoller. Dasselbe gilt für ungeöffnete Booster und besonders Displays mit intakter Schutzfolie älterer Editionen und Sets. Jedes Booster dieser alten Edition, was jetzt noch geöffnet wird, ist eines weniger zu dem Zeitpunkt, dass dann irgendwann alle geschlossenen Produkte einer Edition verschwunden sind. Das gilt sowohl für die seltene Alpha-Edition, als auch für überproduzierte Sets wie Fallen Empires oder dem derzeit neuesten Set. Viele Sammler und Händler haben noch Regale voll mit diesen ungeöffneten Boxen, da sie wissen, dass sie im Wert steigen und verkaufen sie ab und zu zu einem guten Preis. Da die meisten Spieler ihre Käufe aber öffnen, um mit den Karten zu spielen, gehe ich nicht davon aus, dass im Dachbodenfund noch verschweißte Produkte zu finden sind. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht weiter auf das Manipulieren dieser ein, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Gefälschte Karten sind bei Magic auch eher unüblich und wenn doch, sind sie meist einfach zu erkennen. Falls ihr euch mal unsicher seid, fragt lieber bei einem Experten nach. Solange die Rückseite gut und vertraut aussieht, kannst du dich über jede Karte in deinem Fund freuen, die auf der Vorderseite komisch oder veraltet aussieht. Bei englischen Karten, die natürlich die ältesten sein können, da andere Sprachen und Märkte erst ab 1995 erschlossen wurden, kannst du die größten Schätze dem Alter nach finden. Vor allem, wenn sie noch kein Set-Symbol haben. Haben sie einen weißen Rahmen, sind sie meist revised, mit etwas Glück unlimited. Mit einem schwarzen Rahmen sind sie beta und ab da hat jede Karte einen gewissen Wert. Haben sie sogar stärker abgerundete Ecken als deine normalen Karten, hast du höchst selten und begehrte Alpha-Karten gefunden. Bei diesen sind selbst die Standardländer ungemein wertvoll. Aber geh von sowas eher nicht aus, ich erwähne es hier nur, damit du für den unwahrscheinlichen Fall gewappelt bist. Zu Sprachen ist generell zu sagen, dass laut Seiten wie Cardmarket englische und deutsche Karten die höchsten Preise erzielen. Wahrscheinlich, weil in diesen Ländern das meiste Interesse an den Karten besteht. Angebot und Nachfrage. In den anderen Sprachen, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch und so weiter, bekommt man viele Karten tatsächlich günstiger. Wobei es auch hier vereinzelt Ausnahmen geben kann. Im letzten Schritt geht es um die individuelle Stärke und Seltenheit einer Karte. Und hier geht es jetzt los, dass man so gut wie nichts mehr pauschalisieren kann und die Karten im Internet auf gewissen Seiten einzeln nachgucken muss. Das Einzige, was hier noch für so gut wie jede Karte gilt, ist, dass Foil, also glänzende Versionen, so gut wie immer seltener sind. Außer sie kommen aus vorgefertigten Decks oder so Promos. Damit sind sie dann auch meistens wertvoller. Auch wenn eine Karte auffällig anders aussieht, ist sie meist wertvoller, wie die Masterpieces, Expeditions, Invocations, Showcases oder Extended Art Karten. Dazu gehören manchmal auch seltene Fehldrucke. Das krasseste Beispiel sind hier die Drowning Man Guru Islands. Seltene Karten, wovon es auch noch bedeutende Fehldrucke gibt. Eine von denen kostet über 1000 Euro. Und da es noch einige Karten mehr gibt, die dir weit über 100 Euro bringen können, werde ich jetzt hier noch ein paar Beispiele zeigen, wie gesagt nur für den unwahrscheinlichen Fall. Und es soll dir beibringen, nicht achtlos mit den Bachboden-Karten umzugehen, denn du willst ja nicht aus einer guten, teuren Karte plötzlich eine unspielbare machen. Es gibt einige Karten, die sind gar nicht so alt, werden aber von vielen Spielern gesucht für ihre Decks in verschiedenen Formaten. Eine Dietz kann natürlich der Seltenheitsanzeiger im Set-Symbol sein, was Common, Uncommon, Rare und Mythic Rare sind. Gold und Rot sieht also oft schon mal gut aus. Aber auch hier ist nicht jede Karte ein Hit. Es gibt mythische Karten, die sind nur wenige Cents wert, wohingegen manche Uncommons über 20 Euro wert sein können. Commons sind eigentlich immer wertlos, außer sie sind ziemlich alt und haben einen guten Effekt. In dem Fall lohnt es sich doch nochmal nachzuschauen. Generell, wenn eine Karte schon in deinen Augen stark zu sein scheint, dann ist sie wahrscheinlich auch etwas wert. Lass dich hierbei jetzt nicht nur von den hohen Mana Kosten oder Stärke und Widerstand beeinflussen, sondern schau auch, ob die Karte vielleicht in fast jedem Deck gespielt werden kann. Dazu gehören auch eigentlich immer Karten wie Länder, die verschiedenes Mana machen und mindestens Rare sind. Klar, auch hier geht es von Karten, die nicht nur 1 Euro wert sind, über die Schockländer für 5 bis 15 Euro, bis zu den Fetchländern von bis zu über 100 Euro. Der unterschiedliche Wert kommt meist von den Farben, die sie machen und wie oft sie gedruckt wurden. Am krassesten wäre es, wenn du hier sogar Dual Lands findest. Diese sind sehr alt, stellen keine Bedingungen dafür, dass sie zwei Farben von Ländern in einem sind und das Wichtigste, sie stehen auf der sogenannten Reserved List, also dürfen nach aktuellem Stand nicht mehr gedruckt werden. Diese Reserved List wurde vor Ewigkeiten mal angelegt, damit Sammlern versichert werden konnte, dass ihre seltenen und wertvollen Karten nicht an Wert verlieren. Das hat sie bisher auch gut geregelt, so sind die guten Karten eigentlich immer mit der Zeit nur teurer geworden. Es sind auch ein paar nicht so gute Karten darauf, einfach weil es damals seltenere Karten waren. Aber wenn sie auf der Liste sind und etwas drauf haben, sind sie mit Sicherheit wertvoll. Das krasseste Beispiel hierfür sind die legendären Power 9 und die zeige ich dir hier nur, damit du sie überhaupt mal gesehen hast und zum Staunen, wie viel so ein Stück Pappe wert sein kann, allen voran der Black Lotus. Diese wirst du ganz sicher nie mehr auf irgendeinem Dachboden finden, da eigentlich jeder, der eine Weile gespielt hat, mittlerweile weiß, was sie wert sind und die Exemplare, die noch nicht aus einem der wenigen letzten teuren Booster und Packs aus Alpha, Beta oder Unlimited gezogen wurden, befinden sich fast alle im Besitz der superreichen und sehr energischen Sammler. Und sollte es dir doch mal passieren, wäre es die Magic Story des Jahres. Aber wenn du deinen Dachbodenfund schon mal nach Seltenheit und Sets sortierst und dann bei den Karten, die interessant aussehen, nachschaust, wirst du ziemlich sicher den Wert der Sammlung deines Bekannten ermitteln können. Anbieten für so etwas tun sich auf jeden Fall Seiten im Internet wie TCG, Player und Cardmarket. Dort kann man den Namen der Karte einfach suchen und dann auch nach Set und Zustand sortieren und bekommt einen Durchschnittswert angezeigt. Ich würde generell, wenn mir ein Bekannter seine Sammlung schenkt, erstmal nicht von einem hohen Wert ausgehen. Die Spieler, die zu irgendeinem Zeitpunkt der letzten 27 Jahre mal die richtig wertvollen Karten besaßen, wussten auch, dass sie wertvoll sind und haben ihre Sammlung dann selber verkauft. Natürlich ist nicht ganz auszuschließen, dass dein Bekannter sich mal ein paar Packungen geholt hat und das Hobby dann weitestgehend vergessen hat. Dies wäre der beste Fall, um an eine unerwartete Rarität zu kommen. Sollte sich die Sammlung nun wirklich als wertvoll herausstellen, solltest du den Wert deinen Bekannten fairerweise mitteilen und dann solltet ihr zusammen überlegen, ob du die Karten für deine Decks behältst oder ihr sie zusammen verkauft. In dem Fall würde ich den lokalen Spielehändler empfehlen, der Einzelkarten an- und verkauft. Diese machen eigentlich immer faire Preise. Über das Internet, auf den genannten Seiten geht es natürlich auch, ist aber eine Spur unsicherer, vor allem wenn es um große Werte geht. Aber alles unter einem Gesandwert von 100 Euro sollte man eh einfach behalten, da gucken Sammler und Händler meist gar nicht erst drauf. Und sei nicht traurig, wenn nichts Wertvolles dabei sein sollte. Gerade im Commander kann man die verschiedensten Karten doch noch für seine Decks gebrauchen. Und sonst kannst du daraus immer noch ein Cube bauen. Ich hoffe, dieses Video konnte dir einiges beibringen. Ich bin da jetzt, weiß Gott, kein Experte. Dafür solltet ihr euch lieber Videos von anderen YouTubern angucken, wie zum Beispiel Alpha Investments oder MTG mit Patrick. Falls ihr mal sehen wollt, wie die alten Booster geöffnet und Karten wie die Power9 aus ihnen gezogen werden, verlinke ich auch nochmal Videos von Open Boosters und Power9 Quest. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020